Das war das letzte Mal. Ich bleib schön hier sitzen. Pass auf, muss ich aber jetzt echt hingucken. Wir haben andere seine Eier. Oh, was ist jetzt schon wieder? Voll schlecht gesichert werden. Das war nicht in Deutschland. Schon deswegen kriegt man die Gabel nicht nach vorne. Sehr schön, nur in den Kopf. Wie hältst du so gebrochen? Ja. 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 Ja.